wieder ein verband mehr hier ja eigentlich schon wieder fest wenn ich in diesem spiel fest so oder bauen wir uns doch mal was einen verband bitte noch einer dort ist ein dicker immer noch fertigung teile mehr gesundheitsheilung pro sekunde zwei prozent das könnte man auch mal benutzen oh ja das ist eine gute idee sicher lauter unbekannte orte hier das gern mal gegen regeneration regeneration hier das hier austauschen haben wir uns mal rein sie 16 meter könnte unsere und die andere die zeitquests da erledigen aber es ist halt nachts ok toll ist ja super ja wir müssen dadurch was so vor die zeit abläuft ich sehe da drüben so was ähnliches wie der zipp bleiben wir mal hinten ja siehst du die ja wo genau das ist das uhr hier richtung steht auch fast ok muss dann bremsen aufpassen oh scheiße ja so waltzy du holla muschi lecker wo bist du denn about wer ist das dann ich denke es passt mal okay ich denke die geräusche sind es in der grausam hier die hochruf springen hoch moment tortski safe zone so mann luten okay hier ist der typ drin okay ich bin vor dem tunnel der autofabrik führt der eingang ist zu ich klettere hoch und komme übers dach rein sein sie vorsichtig ist extrem gefährlich ich weiß ich werde versuchen das tor zu öffnen was man der sekunde warum kann ich hier das polizeiauto hinten knacken oder was besonderes komisches polizei oder freilich was haben wir hier aus profil für mich kein schmuck ich sehe gerade hier könnte man auch noch andere autos knacken oder wenn wir noch ein haufen taschen oder sowas noch wenn ich ob sie das lohnt ja doch 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 weil ich habe auch keine teile mehr ach so okay also hier bei dem ein polizei da steht aber eine achtung ja also hier in dem hier sieht man gut aus ok das war ja es doch hier rufen können wäre selbe gewesen der kollege das auto hier konnte man auch knacken oder das ist einfach ja jetzt noch habe ich die tasche hier gar nicht gesehen ich habe nicht mehr ich kann nicht mehr also kannst du nicht welche basteln ich habe keine teile mehr großartig materiale wieder ablecken wer geschmissen hat sie bester bei dir oder man ist mir auch sehr schön dass wir zu ihr werkzeuge seltene wertsachen und leder und der andere kram ist hier drüben irgendwo hier hier mit schlüssel rein sehr gut die zeit schlagstock in gelb legendary ok bei mir auch ich bin ich bin ich bin ich kann nicht die durch mittel das sind sind hier zwei kisten die hier fällig sind die erste sehr schön oder stammende schule und ein mannpackung und das kann ich glaube ich alles nur verkaufen hier ok losen ja sehr gut wo ich glaube bei dem meister bei der arbeit zu hier ja rechts links ja glaube ich das war sowieso mein letzter dietrich ist muss ich auch mal leichte schuhe und mit geht das gut wie stellt man die durch hier das ist ein dürft mal alles haben fertig um stimmt ich kann nichts fertigen gefehlt teile fehlt mir auf putsch aus dem grunde fehlt mir gerade alles hier modifizieren das geht auch nicht wenn wir auch teile fehlen auch mal hast du die hast du die alle irgendwie in seine kiste ausgelagert oder oder wie ich hatte mal 300 messer hergestellt und damit so ein kopf zum koloss mal abgeschossen scheiße aber es hat geholfen damals ja so ich stehe ich hier und singe wie komme ich jetzt hier hoch bonus bei nacht also du bist da oben ok ja ich wollte gerade dies weiter geht ich hier schon mal nicht mit zum geil also hier das passt ich hier drunter klo ich nehme ich mal stark an ja eben und dann siehst du was oder hätte man vorher schon irgendwo hoch müssen oder oder wie das ich irgendwie grad nix ach so darüber einfach nur ach so scheiße ja war zu einfach man denkt wieder zu kompliziert aber das ist definitiv zu weit oder weiß nicht was sind das hier für kuschel an der seite und seilen oder so oder in mir vor allen dingen geht's doch okay next da rein oder vom ist nach unten ist also gut er muss er bringt das geht dann ja genau ach so dann geht es hier runter ja würde ich mal sagen älter hat geklappt ich bin drin älter ich bin drin ok wir haben es gleich geschafft suchen sie nach generatoren das militär hatte sie immer eine notstromquelle bringen sie einen generator zum laufen dann sollte das tor aufgeben so wir sind doch schon drin hä weiß nicht vielleicht dass andere auch reinkommen können oder keine ahnung was das ist ja gut jetzt ok hier werden dann alle spieler benötigt gibt es noch was schönes zu looten oder ich sehe grad nix außer das was hier drin blinkt äh ist der generator ok ja ja war hier rein ohne hier gibt es keine tür oder weiß ich ne 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 ok wir müssen drücken ja bringt nix wir drücken jetzt kommt unsere zeitquests oh ja super oh nein oh nein super geil das klingt ganz das muss eine olle hexe ich hoffe mal super gesund das hat mir gerade noch gefehlt das hat mir gerade noch gefehlt ja bist du hässlich das wir mitspielen das werden hier hier ist das tor jetzt offen nehmen nochmal drücken entschalten wenn er vorliegen ja wird das das recht das ist das es ist e als Wuppe! Ich trau denen auch nicht keinen Meter. Was zum Hänkern? What the fuck? Mist! Schluss jetzt! Shit! Wir müssen den Strom wieder einschalten. Sicher eine Sicherung rausgeflogen. Hier muss irgendwo ein Sicherungskasten sein. Hey! Ach komm! Oh scheiße, was für ein Chaos! Suchen Sie ihn. In der Nähe müsste ein Verteilerraum sein. Ich sag dir doch, du sollst draußen bleiben. Du hast mir gar nichts zu sagen. Leute, Worts könnte hier sein. Konzentriert euch verdammt! Was für Pfeifen. Okay. Okay, also was? Sicherungskasten? Wir warten eben. Und was und was genau macht ihr währenddessen? Blöd an der Tür rumstehen. Geil! Geil! Kippen! Die besten! Kippen! Asprofen! Noch mehr Kippen! Und Gewichte! Was war ich denn mit Gewichten? Ah, Gewichte braucht man! Die hätte ich gebraucht und zwar für so, äh, für so Waffen-Mods. Ah, stehe! Die sind mit das letzte Mal ausgegangen. Diese Gewichte. Äh, äh, okay. Äh, warum kommt man dann hier rein? Bloß wegen dem Bisschen Loot hier oder was? Ja, müssen wir wohl durch vorne mal nachgucken. Wollen wir mal knackern oder? Ist das? Nee, einfach so zum aufmachen. Schön. Geld aus der alten Welt nehme ich gern. Oh, hier ist noch eine große Kiste. Ja. Die krieg ich benötigt. Oh, das ist sogar schwer. Okay. Ja. Du schaffst das! Oh, die, 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 die schweren schaffe ich immer auf, auf Anliebe. Sanitäterkappe, Einmannpackungen. Stabile Schuhe. Oh, in Gülden. Aha. So hier war zu, ne? Ja, okay. Da kann man das Polizeiauto wieder knacken. Das, das geht nicht? Äh, das geht nicht. Ich bin... Das Polizeiauto müssen wir knacken. Funsten. Ist hier nix weiter. Hier kleine Teile. Mensch, gar nicht fein. Ich hab nix. Äh, armreif. Und noch einen. Leder und Kippen. Das sieht irgendwie nach Strom aus hier. Okay. Hallo? Hallo? Die sind schon offen. Ah, ich seh schon, was die wollen. Peppa, irgendwas gefunden? Hier sind Kabel. Aber alles unter Wasser. Oh oh. Not aus, Lieutenant. Die Gehalte sind seit 15 Jahren stillgeleckt. Suchen sie weiter. Hoffentlich ist das nicht der Grund für den Kortschluss. Scheiße. Scheiße. Wo denn jetzt hier heile rüber. Wie, äh, wie meinst du? Oh. So. Okay, bin drüben. Mit Wasserplumpsen. Hier war jemand. Hat das Kabel rausgerissen. Ja. Aua. Huh. Du hast looten hier? Oh ja. Heile Klingen. Das gefällt mir hier überhaupt nicht. Das gefällt mir hier überhaupt nicht. Oh, Putschmittel. Es wird so nämlich tauchen. Sie ist ja jetzt geht's nicht mehr los, oder? Einfach nur darüber. Hier ist noch irgendwas grünes. So. Willst du tauchen? Weiß ich noch nie. Bin mir nur unsicher. Los, los hier hoch. Oh. Oh. Hier sind wieder Spuren. Das war schwierig. Selbst für mich. Wer hättest das hier entlang kommen können? Du hättest auch da über diese Stangen springen können. Irgendjemand hat diese Tür verschlossen. Die Tür ist zu. Mies. Noch tauchen. Noch tauchen? Oh ja. Hier, äh. Richtung Südwesten. Ja. Mal Luft holen nochmal. Ist nicht weit, ist nicht weit. Ach so, jetzt sind wir wieder hier. Wir kommen doch aber hier nicht zurück. Äh. Hä? Wo müssen wir denn raus? Da oben wieder raus? Da kommen wir da gar nicht hin, oder? Müssen wir überhaupt ganz raus wieder? Ja, ja. Na klar. Wir müssen ja. Aber wie? Folgen sie den Spuren? Aber ätten Spuren führen doch darüber, oder? Die führen zur Tür. Und dann? Einen anderen Weg gibt es hier unten aber nicht. Nee. Schnackele ich gerade nicht so? Also die Spuren, die führen dann hinter der Tür weit. Ach, guck mal hier. Hier, hier, hier. Das hast du nicht gesehen. Oh, oh. Da hab ich auch nicht. Hab ich auch nicht gesehen, ne? Und rein hier. Äh. So. Hey. Hier drin ist jemand. Aua. Wer ist es? Schnappt ihn euch. Wer ist wo? Äh. Shit. Auf. Aha. Ja, zachen. Sehr schön. Oh, Wodka. Wodka. Kann er Wodka nicht liegen lassen. Hier sind noch fette Kisten. Oh, hier sind mehrere Kisten noch. Hast du, hast du die Tiere gesehen? Oh, Gewichte. Ja. Sehr wohl. Sehr schön. So. Äh. Push it baby. Jo. Oh. Äh. Wer wirst du? Ach, Wolves. Die haben den Wolves erwischt? Was? Sparen sie sich das für den Richter, der ihnen dann den Kopf abhacken lässt. Meinen sie wirklich, dass es so kommen wird, Leutnant? Lukas Tod war bloß der Anfang. Sie geben zu, dass sie ihn töten ließen? Packt ihn. Warum stört sie sein Tod so? Macht ihnen ihr neuer Posten keine Freude? Das hast du schon mal gesagt, ne? Ja, ja, eben. Neuer Status? Neue Aufgaben? Neue Chancen? Verdiene ich dafür nicht zumindest ein Dankeschön? Labern können sie. Aber jetzt ist Schluss. Handschellen Hepper. Freut mich, dass du endlich bei uns bist und nun gib mir, was du mir geklaut hast. Gebt den Schlüssel zurück, Junge, sonst geht ihr alle drauf. Fuck! Hepper! Oh-oh. Jep, dachte ich mir. Stirbt, Acha! Du wirst für deine Taten büßen! Schau an, das Jüngelchen markiert den großen Macker. Dabei ist er doch noch ganz klein. nichts als ein kleiner junger nein was hat denn der genommen dass das der so kämpfen können naja da wird es irgendwie kontrollieren können schätze ich mal hat die virus was wir in dem spielschirm auf die fresse gekriegt haben nein das nicht vom regen die traufe dann geht es erst was lichter jawohl was man das kann gerade für eine fähigkeit er hat einen trip wir verwandeln uns gerade gerade zum super mutanten hier geworden was ist mit mir was ist hier passiert ich bin in der autofabrik der schlüssel walz hat den schlüssel